Für Frieden und Völkerfreundschaft. Seid bereit! Immer bereit! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute. Den Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Ich bin süß, völlig gut. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr gespielt? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange persönlich ist heute unser erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Redelsführer. Ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Wir halten ja alle zusammen, dann können die uns nichts. Du wirst dem nicht wegen sowas deine Zukunft versorgen. Sag's mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat. Hetz, verdammt doch mal! Wir waren die Redelsführer. Wir wollen es gegeneinander ausspielen, ist doch klar. Wir wollen es gar nicht verraten, du Schein! Ich! Ich brauche einen Namen. Nur einen. Ich hoffe, ich bin froh.